Wir wollen mit Michael Silberbau, bevor wir unsere Runde kompletieren, selbstverständlich noch das Fragenbuch. Michael, 600 Fragen sind da drinnen. Und... Die Produzentin hat mir Fragen ausgesucht für dich. Eine Fernsehsendung, die Sie regelmässig geschaut haben oder jetzt noch schauen. Bist du so ein Serienjunkie? Ja, ich habe Serien gesehen. Was ist so deine Lieblingsserie? Bist du auch Netflix? Ja, Netflix habe ich auch. Es gibt viele, aber im Moment schaue ich Bull. Bull? Bull. Also Bull. Bull, ja, es ist... Es ist eine Serie, oder? Es ist eine Serie, ja. Kenne ich nicht. Müssen wir die anderen zwei Fragen, die in den kommen. Kenne ich nicht. Was können Sie Ihrer Meinung nach besser als die meisten Ihrer Freunde? Was soll ich auch kurz? Was kannst du besser als die meisten von deinen Freunden? Oh, was kann ich besser? Fußballspiel. Ja. Und Video zusammenschnitten, oder? Ja, kann ich auch. Bist du mittelwild auch gut, oder? Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie sich einsam gefühlt haben? Bei IBRO 21, oder? Ja, kann man nehmen. Aber auch erst mal, wenn ich von Olburg nach Kopenhagen gegangen ist, dann bin ich ja erst mal alleine und müsste plötzlich selber kochen und die Kleider waschen und alles. Das war ja... Das ist ein Milestone, oder? Das war's. Also mittlerweile ist es kein Problem mehr. Es geht.